In einer anderen Zeit funktionierte ich genau wie all die anderen. Sie sagten uns, was wir tun müssen, was wir denken dürfen und wen wir lieben sollen. Ohne zu zögern wäre ich für sie gestorben. Aber nun weiß ich, dass es sich lohnt, für die Wahrheit zu kämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017